So, Dr. Auge, sag mir, siehst du, was diesem Typen fehlt? Ah, meinst du wirklich? Dr. Auge sagt, dass diesem wunderbaren Höhlenmensch ein Feuer möglicherweise fehlen könnte. Deswegen zeichnen wir es einfach mal hin. Ich versuche, mein bestes Feuer einfach mal zu zeichnen. Und ich hoffe, dass es reicht, aber es reicht nicht ganz. Es ist nicht richtig. Deine Zeichnung könnte falsch sein. Das wird mir hier gesagt. Okay, wie wäre es mit einem lodernden Feuer? Ja, okay. Das bedeutet also, ein loderndes Feuer ist das, was er gebraucht hat. Er hat sogar ein kleines Schinkenstück, was er tatsächlich da drüber hält. Das war also richtig, Dr. Auge. Und wir können tatsächlich weitermachen. So, in diesem Level haben wir jemanden, der da durch das Fernglas schaut und höchstwahrscheinlich den Mond versucht zu beobachten. Vielleicht müssen wir da ein paar Krater hinzeichnen. Yes, Sir! Okay, schön. Das heißt also, wir können also ins nächste Level gehen. So, hier ist ein Test, ein gefährlicher Test unter Dreieck-Fragezeichen. Äh, Dreieck-Fragezeichen? Ich weiß nicht. Soll ich vielleicht ein Viereck zeichnen? Nein. Okay, soll ich vielleicht einfach ein Dreieck zeichnen? Was? Ich muss einfach nur ein Dreieck zeichnen? Okay, kein Problem. Juhu. Okay. Äh, oh. Da ist jemand ganz schön müde. Okay. Äh, ich glaube, du benötigst einen Bildschirm, auf den du wahrscheinlich gerade die ganze Zeit schaust, oder? Nee? Willst du vielleicht so einen hohen Monitor haben? Ah, okay. Das hat jetzt auf einmal funktioniert. Okay. Da musste man also wie so eine Art hohen Bildschirm irgendwie zeichnen. Aber gefällt ihm. Und er hat echt riesige Nasenlöcher, wenn man sich das mal genauso ansieht. Naja, okay. Lassen wir ihn zuhauen. Nein. Okay, okay. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Hier haben wir tatsächlich einen fehlenden Fuß. Also zeichnen wir hier einfach mal wieder einen Fuß hin, damit der mal wieder normal laufen kann. Wobei dieser Fuß ganz schön komisch aussieht. Naja, okay. Oh nein, da muss jetzt ein Passwort eingegeben werden. Okay. Ich glaube, ein Passwort kann man nicht eingeben ohne eine Tastatur. Warte mal. Also versuche ich mal hier so eine Tastatur zu zeichnen. Juhu, es hat funktioniert. Das hat also eine wunderbare Tastatur so an sich. Und tatsächlich ist da der Ladebalken, der die ganze Zeit vor- und rückwärts springt. So. Huch, okay. Hier haben wir einen Piloten, der hier versucht rauszuspringen. Und der benötigt wahrscheinlich einen roten Knopf. Ja, das war nämlich der Eject-Button, der dafür da ist, dass wenn der gedrückt wird, dann fliegt man tatsächlich einfach aus dem Flugzeug heraus, inklusive dem Sitz, ne. Das ist der Notfallknopf. So. Äh, dieser Typ will was essen. Oh Gott, was will er denn essen? Wie soll ich dir einfach so, äh, so eine Suppe zeichnen? Ist es eine Suppe, die du möchtest? Nein, ich weiß, was er will. Das ist so ein klassischer Typ, der so einen lässigen Burger essen will, oder? Oh, das war so klar. Wegen den Pommes natürlich. Die Pommes nebenbei haben es verraten. So, hier müssen wir selbstverständlich einfach einen Ball hinzeichnen. Oh, sie sollten woanders sein. Okay. Das bedeutet also, vielleicht ist hier der Ball eher. Oh, nein. Er hat den Ball einfach nicht gefangen. Oh, das ist sehr traurig. Okay. Da haben wir eine traurige Pflanze. Sie weint, sie weint. Okay. Äh, wir müssen also vielleicht hier einfach so ein bisschen, äh, was hinzeichnen. Wie eine schöne Blume. Oh, ich finde die Blume sieht aber nicht schlecht aus. Irgendwie muss ich wahrscheinlich diese Blume zeichnen, oder? Ist das, äh, wie soll ich die, wie soll ich die denn malen? Soll ich so eine richtig schöne, weiße, kleine Blume malen? Oder ist es doch eine große Blume, die da benötigt wird? Ich weiß es nicht. So, lass mal so eine extravagante Blume malen. So, hier. So was wollt ihr doch haben. Ha, tatsächlich. Okay. Das hat er also jetzt als Blume angenommen. Aber die schöne Blume, die ich gezeichnet habe, nicht. Oh, Mann. Oh, okay. Ein Spinnennetz. Und dieses Spinnennetz, äh, braucht natürlich eine fiese, kleine Spinne. Okay. Das bedeutet also, da kommt eine kleine Spinne hin. Und die greift dann an. Hui. Ha, nein. Die kleine Fliege ist einfach in einen Spinnenkokon eingewebt worden. Nur gut. Oh nein. Da haben wir schon wieder einen weinenden Kerl. Warum weinen denn hier denn alle? So, wir gehen hier, äh, einmal hin und zeichnen in dem Guten einfach mal einen kleinen Zylinder. Wie wär's damit? Ha? Damit ist er auf jeden Fall besser dran. Weil, ich weiß nicht warum, aber diesen Schneemännern, die stehen diese Zylinder einfach mega gut. Muss man schon sagen. So. Level 56. Nun ja. Da benötigen wir höchstwahrscheinlich eine Art, äh, ja, Topf. So ein Farbtopf. Nö. Ist das ein Farbtopf vielleicht mit so einem Henkel? Aha. Ha, okay. Ein richtiger Eimer. Ja, kein Farbtopf. Den haben wir hier gebraucht. Dementsprechend sind wir da wieder weiter. Okay. Level 57. Ein Mann, der sich nicht entscheiden kann. Hammer oder Schraubenzieher. Ich glaube aber, er braucht einen Helm, so wie es aussieht. Weil er nämlich so einen glatzigen Kopf hat. Und da braucht man einen guten Helm. Weil nicht mal die Haare schützen ihn. So. Ich würde sagen, wir müssen, glaube ich, nur diese Eule auf, äh, wecken. Äh. Warte. Es sollte woanders sein. Steht dran. Muss man vielleicht hier wieder so ein paar Punkte hinzeichnen? Nö. Muss man vielleicht hier unten den Mond hinzeichnen? Sie sollte woanders sein. Vielleicht hier in der Mitte. Ja. Okay. Da musste man einfach nur den Kreis richtig platzieren. Und diese Eule ist richtig heftig am Eskalieren, Mann. So. Level 59. Also links hat er da, wupp. Da hat er rechts auch noch mal einen. Ah, nee. Oh, okay, okay, okay. Ich verstehe, was hier gerade passiert. Und zwar, der hat links ein rundes Auge und rechts hat ein dreieckiges Auge. Also braucht er auch rechts ein dreieckiges Brillenglas. Ja. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. So. Da haben wir eine Franzose. Und die Franzosen, die trinken doch kein Wasser. Nein, nein. Ich weiß ganz genau, was hier hin muss. Ja, es ist sogar die richtige Farbe. Hier muss nämlich eine kleine Flasche Wein hin. Wein. Jo. Oh, nicht schlecht. Okay, das war Level 60. So, wir gehen weiter. Level 61. Hier wird gerade heftiger Metal Rock gehört. Und wir müssen jetzt hier irgendwas tun, damit die Mutti nicht so sauer ist. Oh Gott, was sollen wir denn da zeichnen? Äh, kann ich die Mutti einfach so... Haha, ich kann die Mutti einfach so wegzeichnen. Wisst ihr, wie ich meine? Guck mal, die ist dann einfach nicht mehr da. Haha. Hier, okay, das löst das Problem. Juhu. Oh Mann, das ist nicht richtig. Okay, dann hat das gerade eben nicht so gut funktioniert. Aber vielleicht können wir diesen guten alten Kumpel hier, der wird jetzt nicht mehr so laut ist, einfach ein paar Kopfhörer zeichnen. Yes. Okay, damit ist die Mutter auch endlich wieder zufrieden. So, wir gehen weiter. Äh, wir haben eine Weinflasche. Eine Weinflasche. Die benötigt natürlich ein Gläschen, oder? Muss da nicht ein kleines Gläschen hin? Ein kleines Weingläschen, was natürlich zur Weinflasche passt. Nicht schlecht. Level 62 war easy. Okay, jetzt haben wir tatsächlich eine, eine kleine, äh, Insel. Ich würde sagen, hier müssen wir wahrscheinlich eine, eine Palme hinzeichnen, oder? So eine kleine Palme. Die wird da schon ganz gut klappen oder irgendwie hineinpassen. Wenn man auf so eine Insel kommt und man hat keine Palme, dann ist das ganz schön, äh, schlecht. Äh, ich wünsche dir viel Glück. So. Wer da wird denn da? Da schläft jemand wieder. Äh, und der braucht wahrscheinlich einen kleinen Wecker, oder? Sind das diese Wecker, die so aussehen? Das sind doch diese Oldschool-Wecker. Ja, okay, nicht schlecht. So, das ist natürlich sehr einfach gewesen. Oh nein! Ein kleiner Hase, der Bauchschmerzen hat, so wie es aussieht. Ach nee, der hat keine Bauchschmerzen, der hat Hunger. Deswegen müssen wir ihm, glaube ich, eine leckere, kleine Karotte malen. Willst du eine Karotte? Ja! Okay, nice. Level 65 war das sogar schon. Abgefahren. So, jetzt haben wir hier einen Ritter und dieser Ritter versucht tatsächlich gegen einen riesigen, bösen Drachen anzukämpfen und braucht dafür selbstverständlich ein Schwert. Also zeichnen wir ihm einfach mal ein Messer. Yeah! Okay, nicht schlecht. Damit kann er auch gleich den Drachen ein bisschen pieksen, nicht übel. Hier haben wir eine Katze, die ein bisschen stinkig ist. Das bedeutet, wir müssen hier vielleicht ein zweites Ohr zeichnen. Müssen wir das vielleicht zu Ende zeichnen? Aha, okay. Das heißt, wir mussten also ein richtiges Dreieck zeichnen. Das heißt also, ein normales Dreieck hätte da nicht gereicht. So, der weint. Oh Gott, was will er denn haben? Äh, wenn man weint, wenn man weint, was macht man denn da? Äh, 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 wenn ich weine, dann will ich meistens Süßigkeiten. Du willst Süßigkeiten. Guck mal, hier, so. Oh, ich zeichne ihm eigentlich gerade wie eine Fliege. Vielleicht will er das haben? Nee. Äh, wenn man weint, dann will man, willst du vielleicht einen Lutscher haben? Hier, ein Lutscher. Haha, was? Oh mein Gott, er nimmt den Lutscher. Oh, what? Hätte ich nicht gedacht. Oh, das ist so ein, ähm, das ist so ein Zirkusdarsteller, die so immer so richtig kräftig sind. Was machen die denn? Äh, die machen so, so, wie heißt das denn? Das hier ist, glaube ich, eine Handelbank. Das heißt also, vielleicht braucht der wie so eine Art Gewichtsstange. Ist das richtig? Oh mein Gott. Alter, ich habe einen Lauf, ich habe einen Lauf. Das war Level 69, nicht schlecht. Okay, da ist er jetzt richtig schön, schön die Brust am trainieren. Nicht übel. Was sagst du dazu? Wow. Wow, krass. Wir haben hier einen Roboter und den müssen wir wahrscheinlich einfach nur fertig zeichnen, oder? Ein Vierecksauge. Nee? Hä? Was kommt denn da hin? Hier ist ein Roboter und dann muss ich vielleicht hier links auch nochmal mit Augen machen. Was? Das war es sogar? Krass. Okay. Nicht schlecht. Äh, so, da haben wir jetzt jemanden, der unbedingt Fußball gucken will. Also braucht er höchstwahrscheinlich eine Fernbedienung. Nee. Vielleicht muss ich sie noch größer zeichnen. So, vielleicht hier mit ein paar Pünktchen. Ja, nicht übel. Okay, da wird jetzt auch schön Fernseher geguckt. Oh, okay. Level 72. Es ist mal wieder ein Raketenstart und wir brauchen einen roten Knopf. Nein? Vielleicht roter Knopf mit was drinne? Nee, vielleicht größerer roter Knopf. Groß muss das sein. Okay. Nice. Ich glaube, wir müssen sogar auf den Takt richtig treffen, weil da ist nämlich der Timer abgelaufen. Das heißt, wir müssten auf eins vielleicht. Oh, okay. Der Typ will auf jeden Fall einen richtig dicken, großen, gigantischen Fisch fangen. Also, zeichnen wir ihm einfach einen hin. Oh nein, der ist zu groß. Wahrscheinlich ist es nur ein kleiner, der gesucht wird, oder? So einer. Ist es so einer? Ja. Okay. Äh, was haben wir da? Das sind Fische, die oben irgendwie in einem Teich schwimmen, aber das Kind schwimmt irgendwie runter. Oh Gott, was soll ich denn jetzt da machen? Ich hab keine Ahnung, wie das hier weitergehen soll. Aber vielleicht habt ihr ja eine Ahnung. Leute, gebt einen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall unter shop.arison.de vorbei. Dort gibt es Dr. Auge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.